Und herzlich willkommen zurück meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von The Walking Dead Staffel 2 Episode 2. Im letzten Teil haben wir einen sehr merkwürdigen Hausgast begrüßen dürfen, der anscheinend früher Mitglied dieser Gruppe war. Er hat herumspioniert, so wie es scheint. Er wollte irgendwas herausfinden. Nur für wen und für was, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Ich hoffe, es war keine schlechte Entscheidung, ihn reinzulassen. Nun geht es weiter mit der Story. Wo ist er? Er ist weg. Was ist er, wenn er zurückkommt? Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine! Sarah! You were with Nick, right? We gotta go find him. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. You calm down. He was coming in either way. I told you not to open the door for anyone. Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. I didn't ask his name. You didn't ask his name? How could you not ask his name? He had a gun. I didn't want to make him mad. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? His voice was gravelly. Like how? I don't know. Kind of deep and scratchy. He talked about you, Dad. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy. Or not nice. Right? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. What do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. You need to calm down. You're scaring your daughter. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! We have to leave now, sweetie. Before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. What does he want? To bring us back. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. But we were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. Look, we got to find Nick on our way out of here. You know where he was, right? Yeah. Das erinnert mich an die Sache aus so einem DLC, dass da hatte eine Gruppe von Menschen halt so, sondern sozusagen, ne... And you said it was just up here? Yeah. Just a little ways. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. Why is Carver after you? After me? Oh, you mean us. It's a long story. He... He has a hard time letting go. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patients. Alvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Die waren teils von so einem großen Cam und die wollten dann nicht mehr länger bleiben, aber dieser Carver hatte was dagegen. Das wollte ich sagen. Das ist, wo wir waren. Nick! Geh die Tür. Geh die Tür. Jesus. Hey, Mann. Hast du noch einen Arschbecken? Nick, du Arschbeck. Oh. So in der Zeit macht er noch Witze. Achso, das war noch das Licht. Oh. Mann, ich hatte keinen Sorge. Nein, 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 ich mache das. Wir müssen gehen. Okay, Carver's Gang ist auf. Kannst du es machen? Ja. Gut, let's go. Gott sei Dank. Himmel geht's gut. Puh. Ich habe mir gerade schon uns auch gemacht, wegen der grünen Farbe. Ich wollte nur sagen, danke, dass du nicht auf mich verbrechen hast. Ich bin sorry über Pete. Ja, danke. Oh, hätte ich das nicht sagen sollen? Hat er ihnen das wieder runtergeholt? Was ist da hinten in dem Seller? Hat er etwas dummes? Du kannst mir sagen. Ich schaue ihn einfach. Er wollte sterben. Es ist nicht die erste Mal, dass er so ist. Aber Pete war seine letzte Anker. Ich bin überraschend über diesen Kind. Du hast einen Augenblick für mich, würde du? Und du... Sicher, du willst immer noch mit uns kommen? Schau, ich weiß, dass wir zu einem schwersten starten sind. Und ich kann nicht sagen, dass es nicht mehr schwer werden wird. Ja, ich bin mit dir. Und wir sind glücklich, dass du dich haben. Nicht jeder ist. Frühjahr oder später. Ich denke, wir haben ca. 4-5 Tage, um die Mauten zu erreichen. Jetzt, wenn sie uns betrachten, dann sollten wir sie dort verlieren können. 5 Tage? Es wird okay sein, Beck. Wir müssen jetzt weitergehen. Das ist unsere einzige Wahl. Vielleicht treffen wir Quist auf dem Weg, wenn es ihr noch gut geht und der Nick ist immer noch am Boden zerstört. Hoffentlich bin ich 5 Tage später, also so lange sind sie jetzt gewandert. Oh, und die Brücke, die wir im Pausenmenü sehen. Jojo. Ich liebe einfach diese Atmosphäre von dem Spiel. Geht mir immer durch und durch. Sie sehen etwas? Sie besser sehen etwas. Wir haben noch eine ganze Woche. Wir müssen sie finden, zu suchen. Da ist ein Gebäude an der Mauten. Was sieht es? Es ist großartig. Das klingt wie ein guter Ort, zu spenden der Nacht. Da ist ein Lauf oder etwas. Ein Chairlift? Es muss sein, das Ski Resort. Ich habe nie mehr Ski. Okay, was sehen wir hier noch? Ah ja, die Brücke. Da ist die Brücke. Und sieht es passbar? Ich denke so. Hm, gut. Da ist ein kleines Haus bei der Brücke. Wie groß ist es? Es ist ziemlich klein. Oh. Was ist Ihr Plan? Clem and I can scoot across slow and slow. Make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's... She's what? She's just a little girl, Luke. She's a valuable little girl. I can do it. See? No problem. It's gonna be fine. Okay, we'll see you guys in ten minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Ich bin mit dem Plan einverstanden. Wobei ich finde, ich hätte mitkommen sollen. Hey, sorry about that. I just... I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? Weil ein Jäger seine Beute nie so leicht aufgibt. What does everyone want? Even the Gangs. Now what do you think they're all after? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Nur eine Familie geht da ein. Okay, I'm not going to get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. It's not my place to talk about someone else's past, you know? I don't want to upset her. Me neither. Ich hab grad leider nicht aufgepasst, deshalb lieber so ne Antwort. Wir warten mal auf den Zug. Oh ja, kommt, oh kommt nicht. Ich kann ihn nicht schreien. Zu viel Ruhe. Es sind nur zwei. Was denkst du? Ich denke, wir können ihn nehmen. Ich wollte ihn lieber disingenommen lassen. Geronimo! Ach, mit dem Hammer. Oh, jetzt ist wieder Hammer Time. Oh. Ja, lass... Ja, lass... Geh mir einen guten Pool. Das ist dein Gumphrey. Ich weiß, ich hab das vorher schon gemacht, weißt du? In einem Schaden? Ja, erinnerst du dich. Ganz alleine. Achso, und ziehen. Und rechts. Woi. Schönes Arbeit, Kind. Wuppala. Au. Du bist immer noch ein kleines Mädchen, vergiss das nicht. Achso, du hast du getrickst, du... Du bist schon ein kleiner Scherz. Du bist schon ein kleiner Scherz-Cakes. Deshalb mag ich sie. Erinnert mich ein bisschen an meine Cousine. Auch mir sehr witzig. Erinnert mich ein kleiner Scherz-Cakes. Er hat ja doch Beine. Ich dachte, der kriecht nur. Hallo, die Herrschaften. Hier. Stellen wir gerade. Gut, das ist dein Plan. Auf sie, auf sie mich geprült oder was? Hau in den Schädel ein. Hau in den Schädel ein. Und teilt das. Und teilt das. Ne, lässt du wohl los? Diesmal nachher machen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und ziehen, 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 hoppala. Hi, Vorsicht. Und jetzt schubst sie. Och, Marschetti, Marschetti-Time. Komm nicht näher, ich schneide dich. Hui. Und schon bist du ein bisschen schöner. Zack. So. Ich kuhl dich zu Tode, meine Liebe. Oh. Na ja, jetzt kann sie sich die Zahnarzt-Besuch sparen. Ah je. Boah. Jetzt erst mal Tieflufthund. Danke, Climb. Keine Ursache. Dafür bitte ich doch dann. Lasst uns weitergehen. Ist es der Typ von vorhin? Ich? Was? Warum ich? Ich will nicht in eine Karte. Ich will nicht in eine Karte. Du denkst wirklich, dass er eine kleine Mädchen hat? Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. Is he with Carver? It's hard to see. I don't think so. Well, who are you? Who's asking? I am. I'm Clementine, and this is Luke. Clementine and Luke. Nice and easy. They move through here. You all look the same. It's like a great migration of the dazed and confused. Do you know Carver? Carver? Like George Washington Carver? The peanut guy? What? He's a man. Never heard of him. But now I want some peanut butter, though. I gotta say, you two look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... What the fuck, man? What the hell is he doing? No, 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 no. He's with us. Nick! No! Don't shoot! Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? He was going to help us. How do you know? I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We got to get off this bridge. Let's go. Okay, now I see why Luke didn't take off this bridge. Oh, yeah. So, man. Jetzt seht ihr das, als wären wir Banditen, die das hier getan haben, nur um an Vorrede zu kommen. Ich weiß nicht. Es sah wie, er hatte eine Schuss auf dich. Das Scheiße sah auf mich. Er war vorhin zu schreiten. Oh, war er? Ich sage dir, Mann. Er schreit zuerst. Aber das ist nicht, was es mir für mich sah. Everybody, calm down. Was sah du, Clem? War der Mann zu schreiten? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Look, can I talk to you alone? Ja, der Titel der Episode passt wirklich. Die fangen langsam wirklich an, untereinander aufzustreiten. Hi. Hey, Clem. You got anything to eat? Bex is dying here. Elvin, I told you I'm fine. Hi. I'm out. Wish we still had those juice boxes. Juice. I told you. That man said he had food in the station. Mind you checking it out? Maybe we could spend the night here. Little small forest though. Sure. Thanks, Clem. Hmm. Hmm. Es könnte sein, dass er uns in eine Falle locken wollte, weil... Ich weiß halt nicht. Der meinte so, ja, ich habe Essen dort. Da drin. In diesem geschlossenen Raum. Kommt doch auch noch mal mit. Ich hab ne Waffe. Keine Sorge. Ich beschütze euch. Hmm. 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 Wenn ihr versteht, was ich meine. Reinen wir erst mal ein bisschen. Wenn wir noch was herausfinden. Rebecca, are you okay? I'm alright. I just need a little rest. And some food. Alvin. Natürlich, du musst jetzt ja für zwei... Ähm. Für zwei Leute hier leben und wandern und laufen und essen und tranken und atmen. Hörp. Na Nick, wie geht's denn so? Hörp. Vielen Dank für mich auf da. Ich bin sicher, dass sie mich über mich gerade jetzt sprechen. Luke, er wird ein gefährliches für die Gruppe. Wer war das Mann? Ich versuche. Es sahen, dass er dich mit euch zusammengehalten hat. Ich versuche, er war mit Carver. Er könnte sein, dass er jemanden. Genau. Wir wissen nicht. Wie wissen wir, dass er nicht mit Carver, in der Fall? Wenn Alvin ist in fronte von mir, er nimmt das Schuss. Was ein verdammel. Vielleicht habe ich es verloren. Ich weiß es nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Was ist es denn? Verdammel. Verdammel. Was ist falsch? Ich versuche meine Schuss zurück in der Kabinie. Es war Pete's. Er hat es mir gegeben. Es war alles, was ich von ihm hatte. Du weißt, ich gehe mit ihnen reden. Okay, und der war schaue ich, ob ich was zu futtern finden kann. In der sehr freundlich aussehenden Station. Ich sehe schon mal ein paar Dosen. Okay. Klopp, klopp. Klemmtein ist da. Bitte nicht schießen, nicht erschrecken. Wenn sie beim Kacken sind, lassen sie sich nicht stören. Der Mann hat gesagt, er hat viel Essen. Es muss noch etwas sein. Ich habe sehr viel Essen in seinem Magen. Aber was ist da drin? Ein Walker-Schädel. Ich sehe nicht eine Karte hier. Der Mann hat es wahrscheinlich gehabt. Das fühlt sich ziemlich gut an. Wofür steht das W-M? Hm. Äh, das wird noch von Bedeutung haben, denke ich. W-M. So. Wunderbar. Ach, das muss mit dem E-Träumen, das muss man ja manchmal machen. Mhm. Ein paar Bücher und ein bisschen was zu knabbern. Mann, ich dachte, wir hatten ein Schlaf. Schau an diesen Schlaf. Guess he did have food. Mann, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Give him a break. His uncle just died. Yeah, true enough. I don't know what I'd do if I lost Beck. I'm just saying. I mean, you ever know anyone would do a thing like that? Actually, yeah. What happened? A woman in our group. Her dad died, and then she just shot this other woman. Damn. What'd you do? We left her behind. Damn. Oh ja, Lily. Ich erinnere mich. Petrus. That's funny. She looks just like you. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but, and I'd never go against the group. Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows, we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Freut mich zu hören. Und er ist der Mann, ich hab's falsch verstanden. Er ist der Mann von der Becca. What the hell is that? Hä, was? Was the hell is das? Meine Damen und Herren, das werden wir erst in der nächsten Ausgabe erfahren. Ich bin schon klein. Ich weiß, ich hasse selbst Cliffhanger. Ich verbreite sie aber auch gerne. Mwahaha. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen? Wenn ja, lass uns das mich bitte wissen. Und wir sehen uns dann in der Versetzung wieder von The Walking Dead, Staffel 2, Episode 2. Ich bin 93Jubo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.